Was soll man sagen? Was ist das coole am Floorball? Das Floorball ist auch wahrscheinlich eine tolle, bummende Sportart, wo wirklich Leute in jeglichen Leistungsniveaus, wenn sie trainieren, so wie jede Sportart, einen totalen Spaß haben, was wahnsinnig gut auch mit Schulmannschaften zu kombinieren ist, in der einen sich so inklusiv, was ganz gut geht. So, so 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 really so es gehe ich meine, das was Special Olympics in DEMS ist, pfff, bitte, sage ich einmal, Мы sind die größte Sportorganisation der Welt. Wir haben über 5 Millionen Mitglieder. Was eine ganz tolle Sache ist, was keine Sportorganisation hat. Wir bieten wirklich Leuten und Leuten mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit, Sport auf welchem Leistungsniveau einfach auszuüben in den verschiedensten Programmen weltweit.